Ich freue mich über unsere Kollaboration mit dem Landestheater und wir haben geredet, was sollen wir machen für 2020. Das Besondere an diesem Abend ist ganz bestimmt, dass wir einen Schauspielabend haben, bei dem wir die Möglichkeit haben Orchestermusik, wirklich auch einen Dirigenten und Tanz schön zusammenzubringen. Es ist so, dass das wirklich ineinander verwoben wird. Wir haben zum Beispiel Schauspieler, die auch mit tanzen. Wir haben Tänzer, die in den Szenen eingebunden sind und die Musiker interagieren mit ihrer Musik, auch gemeinsam mit diesen Stücken. Mozart Moves, die 7 Dramulette ab 27.01. im Salzburger Landestheater im Rahmen der Mozartwoche. Musik 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 Musik